Heute ist heut der heiligen Omen, Christus trittet an. Heute ist heut der heiligen Omen, Christus trittet an. Heute ist heut der heiligen Omen, Christus trittet an. Heute ist heut der heiligen Omen, Christus trittet an. Heute ist heut der heiligen Omen, Christus trittet an. Heute ist heut der heiligen Omen, Christus trittet an.